jo leute und damit wieder willkommen zu das gekloppten projekt wieder zu zweit und zwar mit flash jaha und mit centos nach einer kurzen left for dead aufnahme geht es direkt hier weiter ja und ich habe gerade was gemerkt ich habe gar keine musik an ach tröste dich ich habe sie jetzt gerade auch nicht am laufen kriegst du denn noch am laufen ja ich ja ich brauche dass wir nur kurz starten ich habe den zweiten bildschirm nicht angeschlossen aber ich kriege das schon irgendwie jetzt gleich wieder so bombig laut na komm eröffnet ich jetzt sollte es klappen ich habe hier mal ein bisschen bei mir weiter gebaut gecheatet habe ich die ebene fertig gemacht und dann kann man hier so schön runter laufen jetzt auch noch habe langweilig gehabt musik läuft ja wir waren ja alle die ganze zeit bis nach unten runter wir waren ja alle fleißig zwischendurch habe ich alle ausgeschaltet der eine läuft doch noch dann habe ich hier so einen kleinen raum dann will ich das jetzt immer fertig machen was ich dann auch reinsetzen und schon mit deltern video dunkel jemand den aus welche ist das denn Okay, der ist der Richtige. Alles klar. Startet die Recyclingmaschine mit nem Spinnen. Ich komm mal zu dir, Centos. Naja, mach's ungeniert. Ich zeig mal den Zuschauern, was du so schönes gebaut hast. Hm, mach das mal. Aber mir legt das grad so ein bisschen wieder. Wobei ich das eigentlich alles aushabe, weil es stört. Ja, weißt du warum? Du hast so viel am Laufen hier. Guck dir mal, was du am Laufen hier hast. Ach ja, aber eigentlich kann ich das auch nicht mehr. Ist der jetzt so schnell auf Tag und Nacht umgeschaltet? Moment. Ich hab doch alle angemacht. Nö, passt. Ja. Na, passt. Ich hab zwei Fackeln eingesammelt. Das war's, ich hab's gemerkt. Na komm, ich guck mir mal dein Ge... Boah. Die kannst du aber selber haben, die Schoko-Federn. Nö, die laden sonst bei jemand anders. Bei Johnny. Nö, bei ihm doch nicht. Das ist die größte Gebäudehöhe, oder? Was? Oder geht's noch größer hier? Das geht dann noch höher. Okay. Da kommt ja noch eine zweite Ebene rauf. Okay. Ja, er hat Langeweile, man sieht's. Selbst wenn man hier durch die Stockwerke rauscht. Hat er leicht Langeweile bekommen. Nö, ich doch nicht. Also große Stockwerke hab ich ja noch nicht mal. Ja, und? Wurde zu sagen. Kann man das sagen, muss man aber nicht. Na, warum hast du denn da hinten... Boah, Papa! Ich glaub, du hast da hinten ein Glas hingesetzt. In der Wand rein. Ich glaub, das soll so nicht sein, oder? Das war... Die hab ich einfach bei dem Filament reingesteckt, ja. Ach so. Das ist nicht so das Problem. Das möchte ich... Das möchte ich hoffen, ey. Überall paar so Glasscheiben in der Wende. Ich glaub, das ist gar nichts verhoffen. Ach nee. Nee, nee. Ich hoffe einfach, dass so mal ganz viele Milliarden TNT kommen und einfach so das ganze Rundschöck... Brrrrrr. Ja. Einfach nur so... Brrrr. Ist da wieder was durchs Portal gegangen, oder warst du das? Ich bin grad... Ja, ja, ich bin grad zurück wieder gegangen. Bei mir ist es nämlich hell. Ja? Ah, nee, jetzt ist es dunkel. Ah, sah Gott, hell aus. Das ist ja Hallos, ehrlich. Nee, 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 nee. Ich hab keine Hallos. Doch. Nein, 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 nein. Was ist das? Das ist ein haarloser Hallos. Na, Hallu. Ein haarloser Hallos. Inventar öffnen mit E, ne? War das nicht so? Drück immer wieder Tab. Oh. Ich zack mir jetzt so viel Rust. Das ist so geil. Ein Arschloch zu sein? Ja. Ein Arschloch von Fumat zu sein. Ja, ja. Ach, ja. Recycler Maschine läuft, genau. Mit den Spirern. Bist du so ein bisschen bescheuert, ne? Nee. Ach. Nee, 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 nee. Ach. Fuck. Kommt denn, ob da was an? Eureg. Nee. Hey, da kommt nix an. Da kommt nix an. Oh. Hatten wir, ähm, nen Server Restart? Wieso? Nee, nee, pass. Die laufen. Wieso? 8, 5, 7, 6, 2, 2. 8, 5, 7, 6, 2, 2. Okay, das ist ja ganz schlecht hin. Was denn? Oh, hier. Nix, schon gut. Oh, hau ab. Kuiper, ey. Kuiper, sprengt ihn. Nee, nee, macht er nicht. Ich wär irgendwo ne Spinne, aber egal. Ach, geil, man kann das Ding auch verzaubern. Was denn? Diese, ähm, ah, für dich ist das ja uninteressant mit dem M.E. Diesen komischen Meißel da. Mhm. Die kann man jetzt sogar hier verzaubern, wie geil. Cool. Das heißt, man kann die reparieren, ich brauch nur einen davon. Ist das geil. Oh ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja, ne? Und ich wollt dies komische Quarzzeug noch sammeln, aber wo weiß ich auch nicht ungefähr. Du kannst doch nicht richtig... Du weißt doch gar nichts. Nö. Ehrlich mal. Nö. Hab ich denn hier unten noch drin... Ja, wie war die Hohlräume über drin? Hohlräume, die hast du ab... Als ich diesen einen Raum ganz unten gebaut hab. Ja, du und Hohlräume. Hm, ist klar. So, ich... Alter, hast du schon mal so ne rote Spinne gesehen? Mit roter Schrift? Nö. Vorsicht, dieses Agro. Agro? Steht auf dich. Oh! Oh, 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 oh. Das ist ja gar nicht gut, mit der zu kämpfen. Aha. Die ist ja nicht super auf mich zu sprechen. Oh, wie oft denn noch? Stell dich doch nicht so an. Alter, ich bin tot. Ha, 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 ha. 25 tot. Hm? 25 tot, ich bote mich mal runter. 25 tot? Ja. Hallo? Ja, was soll ich machen? Ich komm nicht runter. Ja, ja. Wenn ich da runterspringe, kriege ich meine Items nicht mehr. Ja, ja. Kannst du mir mal ihm helfen? Komm. Ich bin gleich schon wieder tot. Nein, sterb. Tschüss. Das tust du ja gerne, zu sterben. Nein, helf mir mal eben. Nein. Keine Zeit. Komm schon. Keine Zeit. Komm schon. Ich kann nix machen. Ich kann mein Jetpack nicht anziehen. Oh. Keine Zeit. Komm schon, Centos. Keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich muss mich grad reggen. Jetzt komm. Ich kann nix... Ich kann nix... Ey, die macht mir alles kaputt hier. Centos, yeah, meine. Centos. Die macht mir alles kaputt. Ich hab gleich keine Goldpipes mehr hier rumkleben. Cool. Ich laufe jetzt ganz hinten um den Kreis. Ja, toll. Jetzt macht es auch meine Barrels noch kaputt. Oh, cool. Kann die so alles kaputt machen? Ja, die macht alles kaputt hier unten. Aha. Aha. Toll. Aha. Ich bin unten im Loch drin. Wer sagt, dass ich komme? Jetzt komm, mach mal bitte. Ohne Witz. Wer sagt denn, dass ich zu dir hinkomme? Was soll ich machen? Ich kann nicht weg. Ich kann nicht in mein Inventar zugreifen, um wegzufliegen. Aha. Ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Okay. Anderthalb Stunden im Kreis laufen, liebe Leute, heute. Ja, machst du doch gerne. Das machst du doch super gerne. Ja, mach ich auch. Guten Tag. Boi. Na ja, die ist nicht lustig. Och man. Yes. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Hast du gerade nur einen Schwett in der Hand? Ja, habe ich. Du Penis hast schöne Sachen von mir aufgesammelt. Ja, ich weiß. Finkt er ja auch wieder tot. Na, weil die so einen Scherz-Rückstoß hat, die Scherz-Spinne. Ja, nicht nur das. Die hat alles. Oh. Schon wieder? Ja. Das ist nicht mal eine witzige Spinne. Das ist eine rote. Ja, weil du meine ganze Rüstung hast. Och man. Und schon wieder tot. Dankeschön. Ich kann nur nix dafür. Ich bin auch schon wieder tot. Wir müssen eben down kriegen. Ah, sie ist down. Ja, siehst du? Ja. Glaubst du kaum. Das ist ein anderer. Hm. Mach mal eben den Magnet aus. So. Scheiße. Ist nicht meins. Wir müssen es nicht mal einen Bogen haben. Der könnte auch kaputt gewesen sein. Was? Was ist das für ein Scheiß hier? Äh. Ich glaube die ganzen Items sind weg. Ja, toll. Dankeschön. Ja, kann ich da nix für. Nur weil ich dir Penis geholfen hab. Ehrlich. Ja. Nett von dir. Danke. Ach, Penis. Deine Schuhe. Ja, toll. Mein super Jetpack ist auch weg. Aha. Mein Rucksack ist weg. Aha. Komm, den Fall kannst du immer neu craften. Das ist ja nix Neues. Aber halt, nein. Die Bogen? Ja. So verzaubert wie der war, du Affe. Alter, kommt schon wieder so eine. Na, Pech. Die ist aber harmlos. Oder? Ja, die hat nur Wiser. Die kann ich noch alleine kalt kriegen. Was hab ich hier für ne komische Krone? Das ist meine. Das ist keine Krone. Das ist ein Advanced Helm. Ja, meine Barrels. So. Das da. Ja, das. Das ist auch gut. Ich muss das nicht neu craften. Die Slime-Bälle sind nicht meine. Meine auch nicht. Toll, mein Bogen ist weg wegen dem Penis. Mein Jetpack ist weg. Das Problem ist, ich komm noch nicht mal hier hoch. Ich muss jetzt erstmal ein Teleport benutzen. Ja, toll. Ach komm, soll ich denn einen Bogen bauen? Du darfst sie auch an den Levels bedienen, die hier sind. Bin abgehauen von dir. Ich glaube, ich sollte mal die Fabrik ausschalten. Du kleiner Arsch. Ich kann doch nix dafür. Tut mir doch leid. Nö, du doch nicht. Überhaupt nicht. Du. 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 Ich hab keine Kartoffeln mehr. Hallo? Du bist ne Kartoffel. Ich hab nur... Ey, mein... Mein Jetpack. Hallo, mein Jetpack. Hast du völlig meine Ranch noch? Nein. Aber ne... So ne Omni? Ja. Ich hab zwei. Du brauchst keine neue Kräften. Ja. Toll. Und ich würde meine haben. Die Pair. Hä? Ich hab eine noch im Inventar. Ja, deswegen Pair. Na, wie war? Hier. Der ist noch bei mir in den Truhen drin. Das ist die Deine. Ich hatte nix mehr im Inventar. No, Fink. Toll, du hättest alles verbrannt und so eben. Ach, mal ein bisschen Action für die Leute hier. Ja, toll. Na toll, darf ich mir ein Leger-Pro wieder machen. Darf sich auch unten an den Levels bedienen. Kleiner Penis, ehrlich. Ich kann doch nix dafür. Es tut... Hä? Wieso startet jetzt der Server neu, bitteschön? Okay, wir machen im kurzen Cut, ne? Ja, bis gleich. Yo, Leute. Und damit wir kommen wieder zurück zu das Bekloppenprojekt. Da sind wir auch wieder. Oh yeah. Elgo war da als Server mit einmal gestoppt. Wer weiß doch, um... Der einfach... Centus war's. Centus war's. Ja, ich war's. Ja, ich. Alles klar. Ja, wer sonst? Ich nicht. Doch, du. Ich nicht. So. Ich wollte machen. Machen Tuten. Hier, Laser. Laser, genau. Tuten? Weil, Jetpack hab ich schon wieder fertig gemacht. Tuten und Blasen, wolltest du? Ihhh. Mh. Uhhh. Ja. Centus. Da. Hahaha. Ihhihihi. Hoffentlich hast du dich verschluckt. Nö. Hahaha. Hahaha. Geil. Macht doch ruhig. Ne, ich hab was auf uns. Ja, nnn. Ist gut, ja. So, Laser. Du, kein Flash. 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 Was? 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 Was, was willst du? Was, was, was? Ananas. Magst du Ananas? Ananas. Nein. Wir machen alle die Ananas. 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 Na, welches Shadpack hast du? Äh, die ist ganz, ganz heftige. Ja? Ja. Ja. Da hast du ja auch gleichzeitig ein Advanced Lab Pack hinten mit drauf. Ja. Deswegen hab ich das gleich genommen. Oh, ja? Ja. Oh mein Gott. Hm. Geil. Oh, hier sind noch Kartoffeln geläsen. Schleck. Hm. Boah, ich hab so viel Milch im Inventar, wie immer. Ist ja nix Neues. Du bist ja zu Müller. Und du bist ja zu Hater. Ja, zu Hater. Ja. Respekt für deine Worte manchmal. Ja? Oh, jetzt hab ich was im Auge. Heul doch. That was she said. Hm. Wow. Heul doch. Ja, muss ich gerade auch. Ich weine gerade. Ah. Ey, sag mir mal, wie ich Obsidian nochmal machen kann aus Juju Schmetter. Na, keine Ahnung. Hast du gerade nicht die zweite Seite offen oder so? Ne, diesmal nicht. Für dich doch echt auch nicht. Haha. Das wäre ein super Anliegen. Ja, ne? Hahaha. Oh, jetzt muss ich gerade richtig weinen. Oh. Oh. Das ist ja... Da muss der Flash weinen. Ja, muss ich gerade. Keine Runde mit Leid. Nicht. Sag mir mal, wie ich gerade Obsidian mache. Weiß ich nicht. Ich suche die Seite jetzt auch nicht extra raus. Und ich dachte, wir sind Freunde. Du und ich. Und was dachtest du denn? Glaubst auch nur du, ne? Und ich muss weinen. Ja, mach mal. Weinen noch. Das machst du doch gerne. Ich glaube, was im Auge.